Und das ist jetzt die Technik? Das ist die Technik. Ich sitze bei 0 Grad und jetzt gehe ich mal rüber zu 90 Grad. Jetzt ist hier ein Schnitt in meinem Körper. Ich bin noch bei 180 Grad und jetzt werde ich auch durchgeschnitten. Bei 270 Grad, hier muss die Falzenart sein. Und jetzt machen wir es komplett 360 Grad. Der 360 Grad Benni, ich präsentiere. Der 0 Grad Jonas. Hey, bleib doch mal da. Nein. Und das Ziel der ganzen Sache ist das im Bunker zu machen. In jedem Raum, also im großen Saal natürlich, im Wassertank, auf minus 4, da wo man sonst nie hinkommt. Wir können sogar in kleine Löcher, wo man wirklich nicht reingucken kann, mit der Kamera rein und die volle 360 Grad Drösung ändern. Ganz, ganz nur ein Blick von dort. Es gab den nicht mal Rolf Hüßmann. Hüßmann oder auch Hüßmann. Oder auch Hüßmann. Wie ein Freund von Ihnen nennen. Und das ist alles. Benni, komm her. Auf dem Hackenmachen-Tun 2018. Am 1. Novemberwochenende. 2. bis 4. November. So siehts aus. Wir sehen uns dort. Bis dann. Komm vorbei. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Echt ein 2,4. Kekhi. Uff. 3.